Hast du Lust, dir was Gutes zu tun? Weißt du vielleicht noch nicht so richtig, wie wir uns etwas Gutes tun können? Dann kommen hier ein paar Ideen für kleine Belohnungen in deinem Alltag. Wenn ich in Rente bin, dann werde ich das Leben genießen. Wenn ich Abi habe, dann fahre ich erst mal in Urlaub mit meiner gesamten Klasse. Wenn ich Abi habe, schenken meine Eltern mir ein Auto. Diese großen Belohnungen für Feste, die wir feiern, für Meilensteine, die wir erreichen, die kennen die meisten von uns. Und die sollen wir auch unbedingt feiern, bitte verstehe mich da nicht falsch. Nur was ist mit den Tagen dazwischen, mit den Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren dazwischen? Wir können doch nicht immer nur das große Ganze feiern. Die großen Lebensereignisse. Und darauf hinsteuern, dass ja vielleicht in elf, zwölf Monaten der nächste Sommerurlaub endlich wieder ansteht. Post-Holiday-Blues haben wir ja hier schon vor einiger Zeit beschrieben und ich glaube, das könnte für einige Leute gerade wieder real sein. Darum finde ich es so wahnsinnig wichtig zu gucken, was kannst du dir heute Gutes tun? Hast du dich das schon mal gefragt? Vor allem möchte ich auch noch mal unbedingt dazu ermutigen, in den Phasen, in denen es dir vielleicht gerade gar nicht so gut geht, dir was Gutes zu tun. Selbstmitgefühl ist keine Schwäche. Selbstmitgefühl bedeutet für mich, zu schauen, was ich jetzt gerade brauche. Und wenn es dir gerade nicht so gut geht, dann guck doch mal genau hin, ob du vielleicht noch oben drauf haust und sagst, Oh, da war ich wieder zu blöd, ich habe das nicht geschafft und ich kann mich nie aufrappen und der Haushalt muss auch noch gemacht werden. Negativspirale. Gerade in diesen Phasen finde ich es so unglaublich wichtig hinzugucken, was wir uns Gutes tun können. Und wenn es dir eigentlich gerade ganz okay geht, du gerade mitten im Leben stehst, finde ich es genauso wichtig reinzuschauen, Hey, was kann ich regelmäßig für mich machen, was mir gut tut? Und ich habe es schon in dem einen oder anderen Video gesagt, also für mich der Standard ist die Kaffeepause des Tages. Manchmal mache ich auch eine Matcha-Pause. Tee trinke ich den ganzen Tag, um einfach Flüssigkeit zu haben. Aber dieser eine Moment, oft sogar nicht alleine, sondern in Gemeinschaft, um noch mehr zu erleben, nämlich eine Verbindung zu anderen Menschen. Und wenn ich mal alleine bin, ich erinnere mich an eine lange Zeit in meiner alten Wohnung, wo ich immer noch auf das Glitzerwasser geschaut habe, während ich meinen Kaffee am Tag getrunken habe. Das war immer ein ganz besonders schöner Moment. Viel gestresst, viel gearbeitet, doch meine Kaffeepause, die war heilig. Und du kannst dir jedes andere Getränk der Welt aussuchen, was für dich wichtig ist oder schön dir einen Wohlfühlmoment bereitet. Vielleicht ist auch ein Stück Schokolade dabei. Und vielleicht guckst du auch mal, ob du der Schokolade oder einer anderen Nashi-Geschichte einen Wert geben kannst. Ich bemerke, dass ich, wenn ich gestresst bin, beiläufig gerne reinschiebe. Kann auch mal okay sein. Ich habe überhaupt nichts gegen Eis und Binge-Watching von Streaming-Diensten, wenn wir in Liebeskummer feststecken oder geraten. Und gleichzeitig so eine Wohlfühlgeschichte draus zu machen. Mal ganz bewusst zu konsumieren. Das kannst du hier bei uns im Kanal mit der Cashew-Meditation. Nimm nur Rosinen. Es gibt auch die Rosinen-Meditation. Ich mag keine Rosinen. Von mir aus auch ein Stück Schokolade oder was anderes. Bewusst eine Auszeit zu schaffen mit Wertschätzung, vielleicht auch für ein kleines Produkt. Und nein, natürlich muss es nicht immer um Konsum gehen. Mach einfach mal einen Spaziergang. Raus in die Natur. Auch dafür haben wir eine Übung. Selbst wenn du nicht rausgehen kannst und nur zuhören möchtest, visuell in die Natur zu gehen, ist auch eine Möglichkeit. Unser Gehirn ist ja so gestrickt, dass wir bei Horrorgeschichten Angst kriegen. Nämlich Realangst spüren in denselben Hirnarealen, als ob wir das selber erleben würden. Zumindest wenn wir nicht abstrahieren, dass das ja wirklich alles nur Film ist. Selbst wenn wir es wissen, gibt es Menschen, die haben Freude daran, diesen Film zu gucken und gucken sich genau die Effekte an. Bei denen werden die Areale nicht unbedingt aktiviert, wie ich ja in dem Video auch erzähle. Wenn du aber anfällig dafür bist, so wie ich, dann spürst du real Angst. Und das können wir uns auch zunutze machen, indem wir eben über Entspannungsreisen, Meditation oder eben dieses Raus in die Natur, die Audioübungen, die ich mitgebracht habe im Kanal, einfach uns einen Moment der Ruhe gönnen. Ich kann mein Glitzerwasser visualisieren, selbst wenn ich nicht gerade da bin. Jetzt in diesem Augenblick, jetzt ist es für mich nicht so schwer, ich war heute Morgen noch am Elbstrand und habe das Glitzerwasser gesehen. Das kreiert in mir sofort eine Wohlfühloase. Etwas, das ich mag. Und vielleicht gibt es bei dir noch andere Sachen. Zum Beispiel, wenn ich richtig gestresst bin und eigentlich keine Zeit habe, vielleicht aber auch nicht einschlafen kann, dann hole ich meine Shakti-Matte raus. Darüber habe ich ja schon gesprochen. Ich benutze sie immer noch, nicht mehr so regelmäßig. Und doch, wenn ich merke, ich bin angespannt, das Stresslevel geht hoch, lege ich mich abends drauf, schlafe immer noch drauf ein. Also ich verpasst habe zu sagen, jemand glücklicherweise kommentiert hat, der erste Moment, das erste Mal auf einer Shakti-Matte ist schwierig. Das Hochkommen von der Shakti-Matte ist für mich nach wie vor noch schwierig. Also das kann ganz schön brezeln, das kann ganz schön wehtun und ist fast schon so ein bisschen Skills-Training für sich. Also wer Skills sucht, kann sich vielleicht auch eine Shakti-Matte oder so ein Fingerring mit so Stacheln besorgen. Also Stacheln ist jetzt übertrieben, die sind ja aus Draht. Also das sind ja wieder Reize, die uns aus dem Alltag rausnehmen können. Hier in diesem Video geht es mir um diese Kleinigkeiten. Was mir gut tut, muss dir nicht gut tun. Und wenn du vielleicht Shakti-Matte hörst und so an pieksige Momente denkst, dann sagst du Wohlfühl-Moment. Total subjektiv. Und du suchst dir das, was dir gut tut. Nimm dir ein Buch zur Hand. Mach das, was du immer schon machen wolltest und irgendwie immer wieder aufgeschoben hast. Nimm dir die Zeit für dich. Block sie dir im Kalender frei. Mach mal so eine Stunde pro Woche, die du dir einfach für dich gönnst und die Dinge, die du gerne machen möchtest, auch wenn es richtig stressig ist. Und vielleicht möchtest du auch mit anderen etwas machen. Zum Beispiel ist es einfach wunderschön, anderen Menschen ein Kompliment zu machen. Sich selbst Komplimente zu machen, ist für viele von uns irgendwie leider immer noch ein bisschen schwierig. Und deshalb kannst du vielleicht damit anfangen, weil anderen Menschen, vielleicht auch irgendwelchen Fremden auf der Straße, die siehst du ja nie wieder. Ein kurzes kleines Kompliment zu ihrem Outfit, zu ihrer Ausstrahlung oder ich habe es tatsächlich gestern gesehen. Da ist eine Frau, eine älteren Dame hinterhergegangen und hat gesagt, sie haben ihre Cornflakes hier vergessen. Die hatte so Dinkelflakes gekauft und hatte sie an der Kasse vergessen und die hat sie ihr hinterhergebracht bis zum Bus. Und das war so ein schöner Moment zwischen diesen beiden Personen. Und es hat abgefärbt auf mich, das einfach nur zu sehen. Also jemandem anderes etwas Gutes zu tun, kann uns auch wieder glücklich machen. Und deswegen schau einfach mal, vielleicht auch ein Dankbarkeitsjournal zu führen, wo du abends reinschreibst, welche tollen Momente du am Tag erlebt hast, für die du dankbar bist. Das ist ja auch wissenschaftlich fundiert, dass sowas hilfreich ist, weil wir so oft uns immer mit dem beschäftigen, was irgendwie schlecht und negativ ist. Wenn wir stattdessen unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf die, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die gut gelaufen sind, richten, dann macht das was mit uns. Dann geben wir dem mehr Raum. Das können wir tun. Wenn du einen schlechten Tag gehabt hast, hast du einen schlechten Tag gehabt. Es kann auch hilfreich sein, das rauszulassen, richtig doll zu weinen. Das ist total erlaubt. Mittel- und langfristig und regelmäßig empfehle ich dir, ganz bewusst auf die Dinge zu schauen, die da sind und die dich erfüllen. Denn das, ähnlich wie zu beobachten, dass eine Frau einer anderen Frau eine Freude macht, kultiviert ein Zufriedenheitsgefühl, ein Gefühl der Erfüllung. Die Dinge, die mir wichtig sind, rausfinden und in kleinen Schritten in meinen Alltag zu integrieren. Vielleicht kannst du auch starten mit unserer Selbstmitgefühlspause, damit du dir gegenüber vielleicht weniger hart bist und bemerkst, Mensch, anderen Menschen passieren auch Dinge. Und ich nehme mir jetzt bewusst Zeit dafür, mit mir in meinem Schmerz, in meiner Freude, in jedem anderen Gefühl zu sitzen und mir freundlich und menschlich zu begegnen. Zu spüren, wie es mir gerade geht. Auch das tun viele von uns nicht. Und wenn du dann bemerkst, dass diese kleinen Dinge vielleicht gut für dich funktionieren, mach mehr davon. Falls du jetzt das Gefühl hast, Mensch, das klingt irgendwie gut, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, dann rate ich dir, schau mal bei uns rein, die Selbstwert-Challenge. Ihr habt ganz viele von diesen kleinen Dingen, ich glaube 21 Stück für 21 Tage, die du in 5 Minuten in deinem Tag manchmal ein paar mehr umsetzen kannst und so sehr viel Freude und Selbstwert in deinen Alltag integrieren kannst. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei der kleinen Challenge anmeldest und dir für 0 Cent etwas Gutes tust an jedem Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.